Einer der ikonischsten Planeten des Star Wars Universums ist zweifelsfrei der Eisplanet Hoth aus Episode 5 Das Imperium schlägt zurück. Und genau diese Eiswelt möchte ich euch jetzt hier etwas genauer vorstellen und am Ende noch die Frage beantworten, warum die Rebellen ausgerechnet diesen unglaublich kalten Planeten als ihre neue Basis auswählten. Also fangen wir auch direkt an. Hoth war eine äußerst abgelegene und eisige Welt im Anuat-Sektor. Er war der sechste Planet im gleichnamigen Sternensystem, welches sich im äußeren Rand der Galaxis befand. Ganze 50.000 Lichtjahre lag er von den Kernwelten entfernt. Der Planet hatte einen Durchmesser von knapp 7200 Kilometern, ein Standardtag dauerte hier 23 Stunden und ein Jahr hatte ganze 549 Tage. Aus dem Weltraum betrachtet sah die Welt aufgrund ihrer dichten Schnee- und Eisbedeckung wie eine blassblaue Kugel aus. Fünf Planeten befanden sich zwischen Hoth und seiner Sonne, während er selbst von einem Asteroidengürtel und drei Monden umgeben war. Immer wieder schlugen Meteoriten auf der eisigen Oberfläche ein, die zum größten Teil mit Gletschern und gefrorenen Eisebenen bedeckt war. Ein weiteres Drittel der Oberfläche bestand aus gefrorenen Ozeanen. Die Temperaturen waren immer unfassbar kalt und es war bekannt, dass sie nach Einbruch der Dunkelheit auf bis zu minus 60 Grad Celsius sinken konnte. Obwohl es auf Hoth kein intelligentes Leben gab, war er unter anderem die Heimat der sogenannten Town-Towns, eine Art von Lebewesen, die zur Klasse der Reptilien gehörte. Von den Rebellen wurden diese Wesen tagsüber häufig als Transportmittel benutzt. Die Eiswelt war aber ebenfalls auch die Heimat einer Spezies von hoch aufragenden Raubtieren, die als Wampas bekannt waren. Während einer Erkundungstour auf dem Planeten wurde Luke von einem Vampa gefangen genommen und kopfüber an dessen Höhle aufgehängt, wo er darauf wartete, gefressen zu werden. Zur Zeit des Galaktischen Bürgerkriegs zwischen dem Imperium und der Allianz zur Wiederherstellung der Republik befand sich der Planet in einer Eiszeit. Jan Dodonna, ein General der Allianz, führte den Planeten unter seinen vorläufigen Scans für mögliche Stützpunkte auf. Nachdem er jedoch bei einem Angriff getötet wurde, gab Mon Mothma diese Liste der möglichen Stützpunkte nach der Mission auf Shu Torun an Leia Organa weiter mit der Bitte, dass ihr Team dort die möglichen Orte auskundschaften sollte. Schlussendlich wurde der Planet aufgrund der lebensfeindlichen Witterungsbedingungen zur neuen Operationsbasis der Allianz ausgewählt und sie fingen damit an, dort die Eco-Basis zu errichten. Sie gingen davon aus, dass niemand die Rebellen auf einem solchen Planeten vermuten würde. Aber dank einer der Tausenden von Suchtruiden, die das Imperium in der gesamten Galaxis verteilt hatte, entdeckten die Imperialen die Basis der Allianz jedoch schon einen Monat später, nachdem die Rebellen den Planeten gerade besiedelt hatten. Obwohl die Basis in letzter Minute evakuiert wurde, endete die Schlacht zwischen dem Galaktischen Imperium und der Rebellenallianz für die Rebellen mit einer Niederlage. In den Monaten nach der Schlacht errichteten Plünderer temporäre Lager auf dem Planeten, um das zurückgelassene militärische Equipment zu verschrotten. Fünf Jahre nach der Schlacht von Yavin gab es Gerüchte darüber, dass die neue Republik beabsichtigte, den Eisplaneten in ein Gefängnis für diejenigen umzuwandeln, die dem Imperium gegenüber loyal geblieben waren. Die amtierende republikanische Kanzlerin Mon Mothma sowie die obersten Politiker der neuen Republik wiesen diese Gerüchte jedoch zurück. Somit blieb die Welt weiterhin unbesiedelt. Und damit wären wir auch wieder am Ende des Videos angekommen. Wie immer hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, hinterlasst mir einen Daumen nach oben und solltet ihr meinen Kanal noch nicht kostenlos abonniert haben, so holt das jetzt gerne nach. Ihr würdet mir damit total weiterhelfen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein!